So, einen schönen guten Morgen. Heute sind wir wieder mal den Frost ausnutzen und ein bisschen Tiefen lockern in Erdbeeren. Das hier ist das Erdbeerfeld. Da waren Damm-Erdbeeren dran mit Folie. Die Dämme haben wir einigermaßen eben gemacht mit dem Grupper. Und jetzt haben wir das ganze Tiefen gelockert. Wie man sieht, ich stehe jetzt auch gerade hier an der schlimmsten Stelle. Die Lockerung erfolgt jetzt hier bis zu 90 cm tief. Man sieht also den Schlitz noch. Und das Wasser, das da heute Morgen drin gestanden ist, ist jetzt noch unten weg. Das heißt also durch die Befahrung und die Bearbeitung der Fläche über das Jahr hin mit den Erdbeeren drauf, haben sich natürlich Dichtlagen oder Verdichtungen gebildet, die wir jetzt natürlich durch diese extrem tiefe Lockerung geseitigt haben. Wenn das jetzt alles weglaufen ist, das Wasser, dann haben wir hier die Fläche dann als nächstes Flügel. Mit dem Gerät haben wir das gemacht.